Hallo ihr Lieben, ich habe heute ein Review Video für euch und zwar geht es um die NYX Center Stage Pencil. Ich weiß gar nicht, ob ihr die kennt. Das sind ja diese NYX Jumbo Eye Pencil und die kann man eigentlich immer einzeln kaufen. Aber hier habt ihr jetzt sechs Pencil in einem Set quasi und das hat 16 Euro gekostet. Das habe ich mir bei Amazon gekauft und ich verlinke euch das einfach mal in der Infobox, falls ihr euch das auch angucken wollt. Auf jeden Fall, wenn ihr diese Pencil hier bei Amazon einzeln kaufen wollt, kosten die meistens so zwischen 5 und 7 Euro und ich wollte ja zwei Farben haben. Aber als ich dann dieses Set gesehen habe und dass meine Farben eh da mit dabei sind, dachte ich mir, kann ich mir besser das ganze Set holen, weil es natürlich viel günstiger ist, wenn man es ausrechnet. Und ihr habt da einmal die Farben Electric Blue, Black Bean, Sparkle Nude, Iced Mocha, Joghurt und Milk. Und halt dieser Milk Pencil, der ist ja wirklich auf YouTube sehr gehypt. Also ich habe ihn schon so oft in Videos gesehen und ich finde es einfach als Base gut für Halloween Videos. Aber ich wollte es auch unbedingt mal so als Eyeshadow Base ausprobieren. Und da kann ich euch sagen, dass der echt super ist. Ich kann die vielleicht auch mal rausholen und swatchen. Dann könnt ihr direkt mal sehen, wie das Ganze auf der Haut aussieht. Und zwar habt ihr einmal die Farbe Milk. Das ist halt den, den ich unbedingt haben wollte. Ich kann zu der Konsistenz schon mal sagen, dass sie super cremig sind und man kann sie auch gut mit den Fingern verblenden. Und sie sind auch sehr gut pigmentiert. Also wenn ich das hier mal aufmale, sieht man schon, wie deckend das Ganze ist. Und dann kann man das theoretisch noch verblenden oder je nachdem, was ihr halt damit vorhabt. Aber ich habe das dann einfach auf mein Lid aufgetragen und mit dem Finger verblendet. Und dadurch war das Lid natürlich schon viel heller als vorher. Und dann sieht man die Pigmente der Lidschatten auch viel besser. Also das ist echt eine richtig gute Base. Und ich finde, bei mir halten die Lidschatten jetzt auch besser. Also anstatt einen Primer jetzt zu nehmen für die Augen, kann man den auch ganz gut nehmen. Und durch dieses Weiß kommen halt die Farben sehr gut zur Geltung. Und ja, den wollte ich einfach unbedingt für sowas haben. Und wie gesagt, für Halloween Make-Up Looks kann man den auch echt gut verwenden. Und ich bin sehr zufrieden damit. Ich finde den super cremig und super deckend. Also das ist eigentlich alles, was ich mir darin vorgestellt habe. Und dann habt ihr natürlich auch noch weitere Farben. Und zwar habt ihr einmal die Farbe Joghurt. Und das ist so ein richtig schön... Ich glaube, das ist mein Lieblingston aus der ganzen Palette. Der ist so richtig schön... Schon so bronzig, aber fast so Rosé-Gold, würde ich sagen. Also der ist richtig schön. Den habe ich mal auf mein ganzes Lid aufgetragen. Dann war das halt so richtig schön schimmerig. Oder was ihr auch machen könnt, ihr tragt euch erst einen matten Lidschatten auf. Und dann tupft ihr so ein bisschen davon da drauf und verblendet das so. Und dann habt ihr gleich so einen leichten Schimmer da mit dabei. Also da finde ich die Farbe echt super schön. Und weil die halt auch so schön cremig sind und die halten halt auch echt gut auf dem Lid bei mir. Also die Farbe ist echt super. Und dann habt ihr auch noch die Farbe Mokka. Das ist halt einfach so ein Mokka-Ton, so ein kühles Braun, würde ich sagen. Und hat halt auch so einen richtig schönen Sommer-Schimmer quasi. Also ich finde gerade diese drei Bronz-Töne kann man sehr gut so im Sommer tragen. Aber den könnt ihr zum Beispiel auch im Innenwinkel auftragen und dann nur so leicht verblenden, dass ihr halt so eine Betonung habt. Aber ich glaube, ihr könntet die auch so als Liquid Eyeliner auftragen. Oder zum Beispiel mit Hilfe eines Pinsels. Weil sie von der Textur halt sehr cremig sind, kann man damit, denke ich, viel machen. Und dann habt ihr noch die Farbe Sparkle Nude. Und das ist halt echt so ein bronziger Ton. Der geht so ins Goldene. Also der hat so einen goldenen Schimmer, würde ich sagen. Das ist wirklich für mich so ein richtig schöner Sommerton. Den kann man dann halt auch echt aufs ganze Lid auftragen, mit dem Finger verblenden. Und schon kann man eigentlich, ja, rausgehen. Also damit kann man wirklich sehr schnell arbeiten. Weil, wie gesagt, ich finde, das kann man echt einfach mit dem Finger verblenden, weil es halt so cremig ist. Und die Farbe finde ich auch echt schön. Weil die halt einfach so richtig schön golden schimmert. Das passt halt auch sehr gut zu meinem Hauptton. Und die sind halt auch von der Qualität alle gleich. Also die sind alle sehr deckend. Da ist keiner irgendwie, der da aus der Reihe fällt. Also dieser Milk ist jetzt auf jeden Fall matt. Und diese drei sind glänzend. Deswegen finde ich diese hier für den Sommer eigentlich immer ganz schön. Und dann kommt hier noch die Farbe Black Bean. Das ist halt, wie gesagt, ein Schwarz. Das ist halt auch wieder ein matter Ton. Und da muss ich sagen, dass ich den jetzt bis jetzt noch gar nicht richtig verwendet habe. Weil das wäre mir einfach zum Beispiel als Lidschatten jetzt zu dunkel. Aber den könnte man, glaube ich, echt mal als Eyeliner verwenden. Weil der ist echt von der Deckkraft super. Und durch diese Cremigkeit kann ich mir schon vorstellen, dass man das mit einem Pinsel dann auch gut hinbekommt. Und ich glaube, den werde ich für meine Halloween-Videos auch verwenden. Und dann habe ich noch die letzte Farbe. Das ist Electric Blue. Das war halt die zweite Farbe, die ich unbedingt haben wollte. Und das ist jetzt eher wieder so ein schimmriger Ton. Also der hat so leichtes Schimmerpartikel mit dabei. So Silber, ne? Und der ist auch richtig schön knallig. Und den brauche ich halt für meine Schmink-Tutorials. Also sowas würde ich wahrscheinlich dann im Alltag auch nicht unbedingt tragen. Aber so für was Besonderes halt kann man solche knalligen Farben echt gut verwenden. Und wie gesagt, man kann die natürlich auch immer noch gut mit anderen Lidschatten vermischen. Gerade diese hier, wenn ihr einen matten Ton habt, macht ihr die einfach mit dabei. Aber ich finde den hier halt echt am besten, den Milk-Ton. Weil das ist so eine richtig tolle Base. Und ja, damit sieht halt einfach alles viel knalliger aus. Und bei mir hält es zum Beispiel auch viel besser. Also da bin ich echt froh, dass ich den jetzt bekommen habe. Und ich bin halt auch froh, dass ich dieses Set entdeckt habe. Weil 16 Euro für sechs Pencil ist super günstig. Das zahlt man ja quasi nur ungefähr 2,50 Euro für einen Stift. Und wenn ihr die einzeln kauft, dann zahlt ihr ja schon so um die 5 bis 7 Euro. Aber da lohnt es sich vielleicht auch nur, wenn euch die Farben gefallen. Weil wenn ihr dann da alles Farben habt und nur eine davon gefällt euch, dann lohnt es sich vielleicht doch nicht. Also da müsst ihr am besten mal gucken, ob sie euch gefallen. Ich werde euch auf jeden Fall nochmal Nahaufnahmen einblenden. Dann könnt ihr schon mal sehen, wie die so auf der Haut aussehen. Aber ich bin mit dem Set echt zufrieden. Und vielleicht kanntet ihr das ja auch noch nicht. Ich habe es wie gesagt nur zufällig entdeckt. Und ich dachte mir, mache ich doch noch ein Video dazu und swatche euch die ganzen Farben. Weil das sind echt wirklich richtig schöne Lidschattenfarben. Also ich hatte auch noch nie was von der Marke Nix. Und ich bin von der Qualität jetzt sehr begeistert. Und ich bin jetzt auch schon am überlegen, ob ich mir noch weitere Farben hole. Halt so als Lidschatten dann quasi. Weil ich das in Stiftform irgendwie richtig cool finde. Gerade wenn man irgendwie unterwegs ist und man will sich keine Pinsel oder so mitnehmen. Dann kann man das einfach schnell aufs Lid auftragen. So ein bisschen verblenden und schon ist man fertig. Also es ist echt eine richtig gute Idee. Und mich würde jetzt mal interessieren, ob ihr schon einen Nix Jumbo Pencil habt und wie ihr die so findet. Und ob ihr eine Lieblingsfarbe quasi habt, die ihr gerne tragt. Das könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Dann hoffe ich jetzt auf jeden Fall, dass euch mein Video gefallen hat. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dann! Bis dann!